Namen für unseren Sohn, die uns gefallen und wir wissen gegenseitig nicht, was wir aufgeschrieben haben. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich auch. Hast du auch eine Idee, Schatzi? Hallo. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was du zu dem letzten Namen sagst. Du hast sie aufgeschrieben? Ja. Benedikt. Wie kommst du aus Benedikt? Weißt du, boh, ich schaue Namen. Siehst du, Herr Schänernamen. Nee. Ich wollte er da nicht. Nee, sorry. Harald. Was? Mein Vater heißt Harald. Er ist doch voll traditionell, dass den Namen übergibt. Junior. Also darüber, das geht so weg. Auf gar keinen Fall. Schreibt uns mal eure Namenideen in die Kommentare, ich bin gespannt. Aber ich hab voll die guten. Matteo. Hm. Muss ich sagen, ist gar nicht so schlecht. Das ist mein Lieblingskuscheltier früher. Bis ihn die Jungs im Hort einfach ins Klo getaucht haben, das war sehr traumatisch für mich. Danach hat die Mama in die Waschmaschine getan und der war nie wieder der Matteo, der davor war. Das heißt, dem bist du auch nicht mehr dieselbe, Schatz. Heino. Hä, du veräppelst mich. Heino. Henry und Heino kommen. Nee, das gefällt mir nicht.